Ich glaube, auch das ist eine gute Gelegenheit, sich weiter eng miteinander abzustimmen. Aber natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn wir uns auch persönlich und physisch demnächst so bald wie möglich wiedersehen. Es gibt viele Gründe, die es sinnvoll machen, dass gerade Deutschland und Portugal sich miteinander abstimmen. Nicht nur, weil beide Länder ähnliche Wege gegangen sind bei der Bekämpfung des Virus und wir unsere Erfahrungen miteinander austauschen und wir auch natürlich die sehr erfolgreiche Politik der portugiesischen Regierung sehr intensiv verfolgt haben. Wir haben aufeinanderfolgende Präsidentschaften innerhalb der Europäischen Union und die stellt uns vor neue Herausforderungen, auch wenn es um die Nach-Corona-Zeit geht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns heute so intensiv austauschen konnten. Und dabei hat natürlich die Europäische Union eine ganz besondere Rolle gespielt. Vor allen Dingen auch die Frage, wie wir in der Europäischen Union solidarisch Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise ergreifen. Und dabei ist noch einmal sehr deutlich geworden, dass wir so sehr voneinander abhängen, dass es für uns alle gut ist, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass möglichst alle Länder innerhalb der Europäischen Union so schnell wie möglich und so gut wie möglich diese Krise überwinden können. Und nachdem anfänglich jedes Land in eigener Verantwortung Maßnahmen ergreifen musste, um die eigene Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, glaube ich, gibt es mittlerweile viele Beispiele dafür, wie intensiv die europäische Koordination ist. Etwa, dass wir Patienten auch aus anderen EU-Staaten aufgenommen haben oder bei diesen großen Rückholflügen, die alle Länder organisiert haben, sehr eng zusammengearbeitet haben. Deutschland hat auch portugiesische Reisende mit nach Hause gebracht und umgekehrt hat Portugal viele deutsche Reisende, vor allen Dingen aus Lateinamerika, mit zurückgebracht, wofür wir sehr dankbar sind. Und wir haben in Rekordzeit ein Finanzpaket von über einer halben Million Euro geschürt innerhalb der Europäischen Union, um europäische Bürger und Unternehmen zu schützen, aber vor allen Dingen natürlich in den Ländern, die ganz besonders hart von der Krise getroffen worden sind. Und wo hat es sonst eine solche Solidarität unter Staaten gegeben, wie sie Europa in den letzten Wochen gezeigt hat? Und ich finde, das ist ein Beweis dafür, dass Europa und die Europäische Union funktioniert. Und auch die Geberkonferenz, die wir gestern gemeinsam mit der EU-Kommission ausgerichtet haben, hat aber noch etwas gezeigt. Nämlich, wenn wir uns glaubwürdig und solidarisch verhalten wollen, dann kann Europa auch Globalführung übernehmen. 7,4 Milliarden Euro wurden gestern zugesagt für eine weltweite Antwort auf die Pandemie. Und das zeigt, dass in einer Zeit, in der sich andere aus globaler Verantwortung zurückziehen, die Welt mit den enormen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, Hoffnungen, aber auch Erwartungen an Europa hat und auch an uns richten kann. Meine Damen und Herren, deshalb ist es wichtig, dass wir alle Kräfte bündeln, etwa um schnellstmöglich einen Impfstoff verfügbar zu machen, der dann aber auch weltweit und fair verteilt werden kann. Unsere beiden Länder, Portugal und Deutschland, kommt bei der europäischen Reaktion auf die Krise und bei der Weichenstellung für künftige Krisen nun eine ganz besondere Verantwortung zu. Gemeinsam mit Slowenien bilden wir ab Juli eine Trio-Präsidentschaft in der Europäischen Union. Und diese drei aufeinanderfolgenden Präsidentschaften mit einem gemeinsamen Programm sind eine große Chance, die wir nutzen wollen, um eine pro-europäische Zukunft gerichtete Agenda aufs Gleis zu setzen. Und darüber haben wir heute auch sehr intensiv gesprochen. Und dabei wird es kurzfristig vor allem darum gehen, unser Krisenmanagement zu optimieren, die Exit-Strategien in der Europäischen Union noch mehr aufeinander abzustimmen. Und mittel- und langfristig müssen wir die wirtschaftliche Erholung vorantreiben und vor allen Dingen auch die richtigen Lehren aus der Krise ziehen. Liebe Augusto, es wird dabei ganz entscheidend auf die Führung und die Ideen unserer beiden Länder abkommen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir so intensiv diese Fragen miteinander besprechen und dass Deutschland und Portugal sich dieser Herausforderung stellen. Wir wissen, welche Verantwortung auf unsere beiden Länder in den nächsten Monaten zukommt.